Hallihallo, hallo hier meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von The Forest. Patrick, du brauchst den Timer gar nicht machen, denn wir müssen nur bis 1 Stunde 30, das ist eine gute Zahl, die kann man sich merken. Ja, jetzt ist zu spät. Ja, kannst du wieder ausmachen, kannst du aber für die nächste vorbereiten. So, wir wollten dann jetzt mal ganz kurz eben hier losziehen. Juhu. Bist du sicher, dass du da hinlaufen willst? Äh, nö. Sind wir von hier nicht so auch gekommen? Nee, von drüben, oder? Ist das nicht einfach jetzt nur einmal um den Pillar rum? Kann sein. Zeige mir den Weg. Hier, Ronimo. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Wir sind hier aus dem Wasser raus. Ja, wo geht's denn weiter? Weiß ich nicht, es ist stinkeduster hier. Kommst du mal bitte her? Ja, ich schau gerade unter Wasser. Also, diese Beleuchtungskacke ist ja wirklich, äh... Also, ich find's schön beleuchtet. Ja, schön. Du hast ja auch noch die kacken Taschenlampe deiner Hand. Beziehungsweise am Helm. Du warst schön hell hier. Oh, hier ist auch noch Alkohol. Den haben wir ganz übersehen, glaub ich. Hab ich... Ah, den hab ich auch übersehen, ja. Okay, ich bin voll mit Soda. Mal kurz einen Schluck trinken. Wo geht's jetzt entlang? Weiß ich nicht. Hier sind drei Zelt und wir sind einmal... Wir sind wirklich nur einmal hier rum. Ja, da war einmal nur rundherum. Aber vielleicht geht's hier unten weiter. Oder du nach links weiterschwimmst. Na ja, dann wollen wir mal. Juhu! Ich folge dir einfach mal. Ob das so gut ist. Hier geht's immer weiter runter. Ja, so tief waren wir aber auch vorhin. Wie schaut dein Sauerstoff aus? Über die Hälfte noch. Ich glaube, das ist auch nur ein Tank. Wir haben doch nachher noch mehrere Tanks, oder? Sicher. Copyright benutzte Musik singen. Oh. Schon oben? I'm outside, ja. Also, I'm inside, outside. Ich bin mir fast sicher, dass wir hier rein sind. Da kann man auf jeden Fall durch die Textur nach draußen gucken. Jetzt bin ich mir nicht mehr schade. Da sitzt einer in der Mitte, oder? Nee, das ist der Totenschädel. Ich hör wieder die Minis. Warum kann ich nicht blocken? Ich kann nix tun. Jetzt. Ja, da kriechen sie. Dann wird's im Kreis gelaufen. Ja. Ja. Schön, dass du wegrennst. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Du bist denn hier durch, oder? Hier sind wir noch nicht durch, oder? Oh. Ich nehm mir die Axt. Die Axt im Walde. Ach so, warte mal. Ausziehen. Ich mach den Eingang mal ein bisschen breiter. Wir wissen ja, dass du nicht ganz sehr schmalst du bist. Dankeschön. Achtung, Dynamit. Schon fast vergessen, was für ein Assi du warst. So. Ja, nur fast hier ist aber ein Typ. Oh, toll. Und der Fackel ist auch. Hä? Der ist jetzt umgefallen einfach. Nein, der steht noch. Nee, das ist der zweite. Aber der war's jetzt. Der was. Der ist tot. Und hat's nicht geheißen, es gibt sowas wie Stealth-Angriffe? Weil ich mein, der war nämlich, der ist tot. Der war nämlich noch in der Tisch. Ja, der war nämlich in der Verhütungshaltung und dann auf einem Einschlag und. Sollen wir hier nochmal speichern? Wo hier grad so viel Holz liegt? Ja. Kann man machen. Hast du Hit oder so? Ich. Oh du. Sonst ist mein Stick wieder. Was denn für ein Problem hast, ey? Was? Ja, nicht du mit dem Stick. Mach ich das Stick weg. Ach so. Ich dachte, du hättest halt ein Problem mit dem Stick Vorrat. Aber den hast du ja auch. Ich glaube nicht. So. Hm, cool. Hier gibt's keine Blätter scheinbar hier dran. An der Hütte. Ach doch. Ach, diese süßen kleinen Zweigelchen da. Ich hab hier wieder Wasser. Ja, schön. Äh, ja. Ja, und ich, äh, sollte man ganz schnell das Ding anziehen, sonst, äh, verdorschte ich hier. Also verdorste natürlich, ja klar. Verdorsten im Wasser. Ne. Sieh aber nicht so gut aus, ob sie weitergeht. Oder? Hm. Ich glaube, ich schwimme gerade schon wieder durch Texturen durch. Kann das? Ja. Kann, gab ich ja. Ja, scheiße. Ich glaube, ich hab mich jetzt hier festgepackt. Ich bin wieder oben. Schön. Ich hänge in der Textur fest. Kann man es auch nicht runterschwimmen? Nein. Jetzt bist du draußen, oder? Ja. Also hier geht's nicht weiter. Was ist denn, wenn wir hier oberirdisch bleiben? Wo kommen wir denn da hin? Ja, unten geht's glaube ich nicht weiter. Ja, hier aber. Ist das Feuerzeug an? Nö. Ist ein bisschen nass geworden, das Feuerzeug. Oh, schöne Geräusche. Ganz ohne Scheiß. Mir geht das ständige Stock angemacht hier ganz schön auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Naja. Hi, Jan. Oh Gott. Auch hier. Oh, oh. Ich hab Geräusche gehört und wir müssen sprengen. Achtung, Scotchy. Kann man alle Gegner anzünden? Durch your Babys. Achtung. Bin halbtot. Ich hab gesagt, Achtung, oder? Ja. Ich hau... Wir haben Dynamite drin. Du weißt aber schon, dass ich nichts seh, ne? Ja, da war nämlich was drin. Ich will nicht rein. Wie ist Galoppelhans, der ein Dynamite überlebt hat? Ja, ist egal. Zünden wir mal kurz an. Er rennt. Er ist tot. Nur für Babys. Kann man bestimmt auch anzünden. Da kommen sie. Oh, Mama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo sind meine Babys gewesen? Wieso? Alter, spar dir dein scheiß Dynamit doch mal auf. Doch nicht für so eine kleine Kackwürste hier. Zwei hab ich noch. Ja, super. Ich hab noch fünf. Na also. Und sehe nichts. Boah, dein ständiges Waffengewechsel, ne? Ja, bitteschön. Dankeschön. Ich sehe noch mehr. So, Deckung. Du weißt doch, da ist noch eine Sekunde, bis die springen. Und dann kannst du, wenn die erstmal gesprungen sind, dann hast du erstmal Zeit. Oh, den hab ich übersehen. Oder hast du mich jetzt gerade gehauen? Ich weiß nicht, ich hab auch Schaden gekriegt. So, aber ich sehe wieder nichts. Ja. Irgendwann in meine Fackel auch mal aus. Ja, ich sag genau. So. Da kommt der Patch. So, ist ruhig jetzt gerade. Noch? Nein. Oh, da sind zwei Türen. Ach nee, das andere ist der Beschwerungsaltar. Jetzt sind wir jetzt wieder unten. Wir sollten erstmal den Rest jetzt hier ausleuchten. Ob wir vielleicht noch Gegner sind, die uns vielleicht bedrängen wollen. Hier waren wir nämlich noch nicht, meine ich. Das ist nämlich ein zweites Tor. Siehst du, hier kommt man nämlich nicht durchs Wasser hin. Babys, Achtung, warte bis sie stoppen. Jetzt kommen sie. Eins. Kommt ihr? Eins ist schon mal tot. Wow. Tot? Ja. Tot. Sieht gut aus. Ich mach dir da mal ein neues Licht, ne? Ich hab mir jetzt. Da. Hä? Das ist übrigens drüber geflippt. Ja, jetzt ist er tot. Moin, Avirex. So. Hier geht's auch nicht weiter runter. Hier geht's vielleicht weiter. Aber ich glaube, wir wollen vielleicht erst mal durch das Tor durch, oder? Ich hab was gehört. Ich hör lachen. Und der Tide, ich seh wieder nix. Du bist so blind, ne? Du bist so blind, ne? Scheint ein schwerer Schock zu sein. Ich nehm den mal runter. Kann ich den wieder nehmen? Ja. Ja. Steine? Ja, bestimmt hab ich Steine dabei. Ähm. Reicht einer? Ich glaub ich saß. Ähm. Nö. Aber man kann schon mal reinlinsen. Ich leg mal noch einen Stein drauf. Mhm. Okay. Ist gleich das jetzt schon? Ne, auch noch nicht. Aber ich glaub, dahinter ist erstmal nichts, oder? Ich seh nix. Noch nicht. Hallo? Hallo Justin Junker. Ein toten Kopf. Ich versteh das nicht. Warum siehst du mir das fucken, hast du nichts? Der ist ein Feuerzeugheller. Da ist ein Gegner. Ich hör's, ich seh's. Ich brenne ihn an. Noch einer. Noch zwei. Ähm. 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 Ich saß. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Bin gleich tot. Möchte ich erwischt haben, solltest du mir das ist leid. Nö. Ja, lebt und blockiert mich damit ich den anderen... Okay, vergesst. Böck, Böck. Oh, nächstes Tor. So, noch welche hier? Nö. Ja. Äh. Und wo ist der Altar? Hier? Du bist so blind, ne? Das ist unglaublich, wie blind du bist, ey. Wenn ich auf der anderen Seite bin und ich habe meine Fackel ansehe ich nicht, das weißt du, ja? Aha. So, du bist ja dran vorbeigelaufen. Und zwar, als ich die Fackel noch anhatte, Freunde. Ja, und wenn ich dann da herschaue zu den anderen... Ist es schon wieder so weit? Ja. Was kann ich denn hier noch drauflegen? Ein Kochtopf? Wieso legst du keine Steine drauf? Weil ich keine Steine mehr hab. Warum hast du eine in der Hand gehabt? Ich habe keine Steine mehr. Oh, doch, einen habe ich noch tatsächlich. Ah. Ja, sorry, das war halt der, der noch equipt war. Oh, hi. Pass auf, Patrick, ich, äh... Was denn? Hast du ein Glück. Ich wusste es. Übrigens, wir sind gleich am Ende. Ja, ich weiß. Deswegen wollte ich nämlich jetzt auch ganz kurz eben einen Cut gemacht haben, bevor wir da weitermachen. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, alles Gute und ciao.